It's popping off like a champagne bottle Oh, 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 super handy Wobei ich kann doch das Glas hier auf der Brücke abbauen, um Glas zu kriegen Nein, das kannst du nicht Holst du mal dein Zeug ab? Und warum hast du eine Rüstung dabei, wenn ich fragen darf? Ich hab da nur Schuhe für Longboots Warum gehst du eigentlich hin, wo ist die Erde, voll Idiot? Was ist? Hier sind deine Sachen Oh, das ist der falsche Bar Gottes Willen Kannst du mir bitte eine Waffe geben, Tim? Hä? Ich brauch eine Waffe Warum? Wartest du? Kriegst du Ja, hier ist eine Spitzsacke Ich brauch keine Spitzsacke Die macht aber Brandschaden Guck Ey, jetzt werden die sterben, leckt mich Nee, nee, die macht nicht lang Brandschaden, oh Gott Whatf Stimmt, ich hab ja eine Rüstung War kein Helm, Flo mach mal bitte einen Helm Hm, seh ich so aus? Ja Nee Glaub mir, meine Antwort wird immer Ja sein, wenn du sagst, seh ich so aus Ja, das glaub ich dir sofort Pfff Irgendwas ist falsch daran, oder? Ne, das ist richtig Eins, zwei, drei Hi Glaub ich ist aber oben, da bin ich unprofessionell Tim, du bist immer unprofessionell Ja, echt? Ja, ja, sagst du Okay, okay, weißt du, sagt er, dass ich, äh, der trinkt, der sich nen Döner holt während der Aufnahme Ist wer der Aufnahme Der die ganze Zeit nur scheiße labert, aber Nee Nee, ich bin nicht unprofessionell Ich hab schon wieder ne Karotte What the fuck? In Minecraft Ach so Was hast du denn jetzt gedacht? Ja, äh, Penis Alter, der denkt, äh, Daniel, nur weil du dir immer Karotten in den Arsch schiebst, ist das nicht normal, ne? Ja Echt mal Alter Okay, ich hab jetzt die elektronischen Öfen, die eigentlich recht gut brauchen Die elektronische Öfen? Was machst du da? Gar nicht Ich bin nicht dein Mülleimer, ey Ich geh einfach zum Flo und schmeiß dir mein ganzen Müll hin Einfach so, Alter Einfach so, Alter, ey, Mano, ey Ach, stimmt, es gibt recht wenig Energie Äh, Tim, nur, dass du nicht mehr so unrecht Es gibt wirklich mega wenig Energie Aber extrem wenig Ja, ist auch besser so, ganz ehrlich Ja, das läuft, glaub ich, ein bisschen schneller als so ein Uf Ich erinnere mich bei dir Angst, dass du das irgendwann komplett alles zerstörst Á, hä, hä, hä Äh, 쓸be Ansenke Daniel ist in seine Mutti verliebte E language auf, du Wer hätte das gedacht So Waters What the fuck? Ey, really? Mach mal wieder die, hier, die, das ist das Regen aus. Äh, Mann, ich hab grad auch nochmal ein Thema, nämlich, äh, was stelle ich unter Liebe? Ach, halt die Fresse, Alter. Äh, was stelle ich unter Liebe vor? Oder, oder was seht ihr als Liebe? Ja, Liebe halt, ne? Ja, klar, aber das ist ja für jeden irgendwie anders so, ne? Liebe machen. Was hast du für das straight Zuteil unter Liebe vor, wenn man mal fragen darf? Ja, keine Ahnung, Zuneigung von zwei Partner auch. Äh, bei... Nein, halt einfach deine Fresse. Ja, halt, das sehen wir halt auch auf beiden Seiten, äh, so ist es nur einer und der andere. Äh, Mann, jetzt muss ich den wieder ertragen und bla. Äh, 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 ja, also ich muss sagen, ich, ich, ich seh das eigentlich genauso, was der fuck, ich seh das eigentlich genauso wie du, Tim. Ja? Ja, was denn? Daniel? Willst du mich verarschen? Ja. Komm, du kennst Daniel. Ja, ich weiß. Daniel? Ja. Okay, jetzt reicht's mir. Ah! Nein, bitte, bitte, bitte! Mein Jetpack ist leer. Ich will dich wieder sterben, Profete. KILL ihn! Ich produziere für dich Koks, lecken mich. Fuck, jetzt hab ich keinen Eimer dabei, oder? Och, Mann, leck mich doch. Boah, dieses Epic-Pattle. Och, Mann! Mein Jetpack ist gleich leer. Oh, meins ist jetzt leer. Ha, ha, ha! Gut zu wissen. Ja, ist auch leer. So wurde der Kampf beendet. Jo, leer ist Jetpack. Oh ne, ich hab noch was. What the fuck? Ähm, ich darf landen, oder? Oder erwartet mich jetzt das Böse? Ne, du darfst wegen mir auch von mir aus landen. Och, gut. Brauchst du Schienen? Äh, ja, ich bin grad voll. Tu sie in die Kiste einfach hinter. Ne, äh, ich wollte nur fragen. Ach so. Schienen brauchst. Ja, brauch ich. Ich nehm das ganze Koks raus. Mach das. Wir waren zwar nicht Koks. Koks brauch ich auch. So. Anah, Uzi. Und Jetpack wieder voll. Das ging ja eigentlich ganz toll. Jetzt schau ich mir den Müll mit den Bienen erstmal an, wie das funktioniert. Mach das. Komm, was haben wir. So, ich diesen Müll hier. Und auch haben wir schon davon, dass wir ne Eimerkiste haben. Voll geil, was. Irgendwann haben wir einfach kein Eimer mehr, weil wir die alle verschlampen. Ja. Ja. Lukas, du kannst mir bitte vielleicht ganz, ganz, ganz kurz Game-Mode gehen, damit ich mir gucken kann, wie das heißt. Ich weiß wirklich nicht viel. Ne, das kann ich leider nicht. Ey, warum? Du kannst doch einfach die Dinger durchscrollen. Bist du komplett behindert? Ja, ich bin auch so dumm und scrollst mir die ganze Scheiße durch. Ja. So läuft das hier nun mal. Warum brauchst du Game-Mode dafür? Ja, echt mal. Game-Mode. So, ich... So, ich mir das jetzt mal an. So. So, hier fängt die Bienen-Scheiße an. Und hier endet die Bienen-Scheiße. Nice. Nein, warte, hier ist ein... So. Aber wie macht man das hier? Haben wir noch zwei Obis? Obis vor allem. Der in Deutsch. Obsidian. Der in Deutsch, Junge. Ich möchte was mega Geiles machen. Oder Englisch oder Afghanisch oder was auch immer. Haben wir wirklich keine zwei Obsidian? Ich... Ich glaub's nicht. Ne, wir müssen... Deutsch. Wir müssen mal wieder farm gehen mit der Turtle. Aber mal richtig. Ja, genau, Tim. Ich war letztes Mal farm, du farmst dieses Mal. Halt dein Maul, du hast mein Portable Hole kaputt gemacht. Das ist schwul und hässlich. Ach je. Ja, Florian, das ist Alltag. Hm, wenn sagst du das? Mann, ich brauch zwei Glas und ich hab nur ein Glas. Ach, ach. Ah, ne, warte, ich brauch nur ein Glas. Ist denn jeden dann noch zu obsidieren? Erstmal kurz in die Mine gehen. Und die meine verbrassen. Und die Kühe alle töten. Nein, das machst du nicht. Dann, dann bummst ich eine Kuh in den Arsch, ne? Ja, bummst ihn in den Arsch, aber nicht töten. Gibst du das mal rein? Ja, mit dem seinen kleinen Cock, alter, da kann er eh nichts mehr töten. Ey. Ja, ich sag dazu jetzt mal nichts, ne? Hat mein Lieblingsspielzeug wieder, ne? Hm, das freut mich für dich, Sim. Sentry Gun? Nein. Fick dich! Macht man eigentlich nur mal eine Sentry Gun? Da hast du grad was kaputt gemacht. Nein, das hast du, als du hochgeflogen bist, hast du's getriggert. Warte, Sim, wie machen wir nochmal das eine One-Hit-Thing? Warte, ich weiß grad gar nicht mehr, wie das heißt. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Wenn mal Flo wieder auf die Eier gehen. Ah, das war nicht teuer, das weiß ich. Ah, hier ist, äh, hier die Lava-Quelle, explodiert, Moment. Oh, Sim, warst du ein bisschen noobig. Glück gehabt, alter. Ja, ja. Ähm. Ich hab so Spaß mit dem Ding, alter. Merkt man voll gar nicht. Nee, nee, nee. Nee. Danke, ich wollte eh runter. Liebt das Ding so krass, alter. Lass dir mal auf, mich zu verfolgen, verdammt nochmal. Nee, 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 ich mach nichts. Ich bin... Oh. Hahaha, das wollte ich nicht. Ich hab mich ja wirklich one-shotted auf. Warum hört's denn verdammt nochmal auch nur einen Schuss aus? Ich hab keine Rüstung an. Warum habt ihr alle keine Rüstung an? Hahaha, ich hab keine. Ich hab nicht mal Rüstung. Hahaha, ist ja noch besser. Ich farme Obsidian, das ist mega witzig. Deine Spitzhacke ist noch hier, Tim. Ich farme Obsidian, ich find das mega witzig. Hä, wo bist du denn? Du bist verschwunden. Ich bin hier unter dir. Hä, ich seh dich nicht. Ich steh hier. Ich find das mega geil, dass ich brenn... Wird sich verarschen. Nein, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich bin mega witzig, brennend find ich schön. Jetzt seh ich dich wieder. Okay, schön. Das fördert die Gesundheit. Wer ist denn hier immer dabei und macht die ganzen Sachen hier kaputt, ey? Sorry. Ach, das warst du? Nee, nee, ich find's gar nicht. Also, ich find's wirklich nicht. Kann's nicht sein. Ja, ja, Schluss nicht. Ich hab Tim schon angewöhnt, immer mehr, wenn er was kaputt macht, es wenigstens wieder hinzusetzen. Lass mich rein, Tim macht es immer noch nicht. Ich mach ich noch. Ich hab's echt mal eine Zeit lang gemacht, aber denkst du, ich mach es jetzt noch? Ja, ich hab's zumindest gehofft. Nee, 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 nee. Wie wenn hältst du, Tim? Ja, echt mal. Echt so. ist immer noch die ganze Lava, egal. Da soll Florian da verbrennen und nicht ich. So, dann nehme ich mir jetzt gleich die Turtle, mach ein paar Lava-Zellen. Mach mal für mich ein paar Wasser-Zellen. Pff, ja, sehe ich so aus? Ja. Du wirst immer so aussehen, Florian. Ja, ich weiß. Nach deiner Dings-Rede schon. So. Muss ich gleich erstmal nachschauen, wenn die scheiß Lava-Zellen craftet. Braucht man wahrscheinlich voll viel Eisen oder so. Daniel, dreimal darfst du ran, was ich wieder hab. Ach, sein Portable-Houler. Ja, mach mir mal bitte auch mal eins. Nö. Doch, okay, warte. Da musst du mir aber sieben Enderpellen geben. Ne, sechs, 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 sechs. Ich hab dir letztens Enderpellen in die Kiste gelegt, du Wichster. Ja, gar nicht. Klar, als das alte Haus noch stand. Ich hab keine mehr. Als das alte Haus noch stand? Ach, ach, ach. Äh, nicht Haus, sondern, ähm, hier. Das war schon ein bisschen her, findest du dich auch? Ja, okay, ja, sag ich. Daniel, sechs, äh, sechs Stück brauch ich. Also, Tim, komm mal her. Ich zeig dir mal, was gleich mega geil ist. Ich kann die Scheiße nicht platzieren. Bist du scheiße, Tim? Äh, not enough charge. Hey, Tim, komm mal her. Das ist mega, das ist mega geil. Bist du ein bisschen blöd? Oh, Mann. Irgendwann bist du Nobi. Tim, komm her. Ja, das kann natürlich auch sein. Kommen wir zu mir? Ja. Warte, ich hab grad voll die geile Idee. Wie kann ich das abbauen mit einer Spitzsacke? Ähm, weiß ich nicht. Ja, auch nicht. Okay, gegen mit einer Spitzsacke. Warte mal. Okay. Da ist der, aber, ja, der Baum ist im Weg. Nein. Nö, nicht mehr. Nein, nicht mehr. Ich hab's noch eingestellt, du Idiot. Hey, warte, 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 warte. Gott, du bist so behindert. Was? Scheiße. Dann BÄM, Alter. Geh mal drauf, geh mal drauf. Wow, ich bin so mega weit geflogen. Du hättest mich verarschen. Ding wagt, glaub ich, rum grad. Bist du Scheiße? Oh das geht Ich hab's gerade